Hallo, 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 weiter geht's auf Server 29, ihr seid am Start, ich habe 2426 Pilze und 288.815 Gold. Ich werde die ganze Zeit angegriffen, PaySafeCard, natürlich, da wird auf jeden Fall eine PaySafeCard drin sein, von daher ist es okay. Und wir können heute was ins Klo schmeißen und dann spüllen. Können wir spüllen, dann haben wir gespüllen. Ja, do you know what I mean, I can, du kannst spüllen. Spüllen, spüllen, spüllen. Wir können normalerweise einen nicht-Epic hineinschmeißen, denn uns fehlt nicht mehr so viel. Das gibt ja 50% und uns fehlen nicht mehr, wofür das wird ein anderes reinschmeißen können. Ich weiß gar nicht, wie das läuft, ob ich, wenn ich jetzt einen Epic reinschmeiße, normalerweise ist dann die Füllung quasi die 25, die wir noch überhaben. Das ist dann quasi weg, normalerweise, glaube ich. Oh, ein Trank des Ewigendems brauchen wir ein. Wie lange hält man da noch? Bis zum 11.10. Das ist noch ein Stück, deswegen kaufe ich mir jetzt einfach mal hier was raus, irgendein so ein Crabble-Di-Crab, zum Beispiel hier was für 22.000 Gold. Mein ganzes schönes Gold geht weg. Und das schmeißen wir mal rein und dann werdet wir auf jeden Fall spüllen. Blob, 200 haben wir jetzt genau. Bekommen sogar was hier mit Geschick raus, was besser ist. Ich wusste erst natürlich, das war mein Plan, ich wollte diesen Ring eh haben, weil der 1 mehr hat 253, beziehungsweise der nur 252. Deswegen war der Plan von mir einfach das rauszukaufen, eben das Klo aufzufüllen und einen mehr Attribut, beziehungsweise einen mehr Geschick zu bekommen. Oh Mann, ich bin so gut. So, da haben sogar Leute abgestimmt, was rauskommt. Wie machen wir das lustige Klo, spülen, spielen leider nicht. Nur wenn dieser Charakter im normalen Let's Play drin ist, deswegen spülen wir jetzt und bekommen eben eine Epic-Waffe. Oh, nur ein Epic-Gürtel. Das gibt's ja gar nicht. Ich hätte ja gerne eine Epic-Waffe, denn das hier ist... Nice. Übrigens, am Wochenende ist Epic-Event. Ich weiß gar nicht, wie viel Gold ich zusammen farmen soll. Soll ich jetzt schon sparen oder noch warten? Ich werde das Gold, glaube ich, heute noch ausgeben und dann die nächsten Tage ein bisschen Gold sparen, obwohl das auf Server 29 sehr, sehr, sehr gefährlich ist, denn man wird sehr oft angegriffen und das Gold kann sehr, sehr schnell weg sein. Ja. So. Das packen wir dann mal weg hier. Das kann also weg, weg. Das kann, hm. Das kann auch weg, oder? So, obwohl der Gürtel gar nicht mal so gut ist, der nur 162, obwohl es 162 ist, doch ziemlich viel verkaufen war, so. Morgen ins Klo, übermorgen ins Klo, das ist in Ordnung. Wir schauen nochmal in die... Der Lars hat mal wieder, ist wieder drin, hat wieder vergessen, das runterzuscrollen. Der Lars ist einfach nur scheiße. So. Der Lars ist scheiße. Allgemein, ich hab's wieder verkackt. Ich muss wieder zensieren, weil ich scheiße bin. Ich bin scheiße. Immer diese verdammten Zensierdreck hier. Egal. Wir gehen dann mal in den Waffeln-Zauberladen nicht. Wir werden nun skillen. Oder brauchen wir irgendwelche Items noch, um vielleicht im Dungeon hier zwei Intelligenz-Gegner zu besiegen. Ich bin doch gerade eben am überlegen. Was machen wir denn nun? Hm. Wir skillen 818, 740, 497. Warum gehe ich auf Intelligenz? Ich hab keine Ahnung. 700 hier. Wir müssen... Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen... Wir müssen ein bisschen skillen. Wir müssen skillen. Und wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Intelligenz skillen. Push mal auf 1000 hoch, so. Ausdauer. Und den Rest noch auf Glück. Ausdauer. Glück. Intelligenz. Arena-Kampf gegen... Oh, hallo, Mr. Marco-AK-BSE-Hack. Dürfte ich sie denn bitte besiegen? Dankeschön. 344 Gold. Wunderbar. 92,5% Sammelalbum. Platz 29 war sogar Top 20 heute irgendwann nochmal. Und wir gehen jetzt mal eben hier rein und werden nun versuchen, den fährenden Weltlord zu besiegen. Das sind Intelligenzgegner und Intelligenzgegner sind allgemein richtig kacke und richtig krass. Spätestens wieder werden die Intelligenzgegner am Wochenende liegen, aber ich möchte gerne schon, dass sie eher liegen. Oh, das sieht gar nicht mal so gut aus. Beziehungsweise nicht so schlecht aus. Das sieht nicht so schlecht aus, meine jungen Damen und Herren, die gerade alle zuschauen. Denn wir ziehen diesen Kollegen doch schon ein bisschen ab. Aber nicht so viel, dass wir ihnen scheinbar Konkurrenz machen können. 3.600. Das 3.000 ausdauert. Der 3 verfluchte 3.000 ausdauert. Ich versuche das Ganze nochmal mit mehr HP. Und zwar diese Variante hier. Ein bisschen mehr HP. Ob sich das lohnt, kann ich euch gerade nicht sagen. Aber es sieht leider nicht gut aus. Machen wir noch 2, 3... Uh, Fernwäldler. Das war es fast. Fernwäldler. Fast, fast, fast. Oh Mann, noch einen guten Try. Und dann richtig Lucky Shit. Ich muss kritten. Er darf gar nicht. Wir schauen uns mal einen Try an. Bumm. Aua. Scheiße. Scheiße. Oh ja, ja. Und jetzt ein übelster OP-Krit. OP-Krit hätte hier schon gereicht. OP-Krit hätte gereicht. So, nochmal schauen. Ja. Krit. Fuck. Fuck. Kritty Shit Shit. Das reicht nicht. Lars, du musst mehr kritten. Ja. Buh. Oh Gott. Habe ich ihn doch weggekrittet am Ende. Oh Gott, war das geil. Yes. Nice. 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 Also, ich habe nicht erwartet, dass der heute fällt. Ich habe es nicht erwartet. Das war aber nur ein Lucky Try noch. Oh Gott. Und ich bekomme ein Epic. Bumm. Bumm. Bumm, bum, bum. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben dann die Mordmaschine. Oh mein Gott. Die Mordmaschine. 200. Intelligenz. Der two-hittet mich. Leute, der two-hittet mich fast. Die Mordmaschine. Oh fucking shit. So, die Benshee. Was mit der Benshee? Wie viel Schaden macht die denn? Au, 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 au. Au, au, au. Au, 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 au. Aua, aua, aua. Ah, Benshee. Aua, aua. Wir geben keine harten Hitze. Wir müssen mehr kritten. Wir müssen mehr kritten. Die Welt braucht höhere Krits. Wir ziehen mal wieder die Allertribute-Schuhe an. Denn die sind ziemlich gut. Mehr Kritte, mehr Ausdauer und mehr Intelligenz. Oh, fängt sie an und gibt uns so ein instant, instant 50% runter. Na, schau. Ah. Ne. Das ist auch kein guter Try. Wir müssen hart hitten am Anfang. Wir müssen anfangen und richtig hart einen Hit raushauen. Sonst wird das nichts. Das wird auch nichts. Das wird gar nichts. Sie fängt immer an. Die alte Schlampe. Lass mich doch mal wieder anfangen hier. Hallo. Dankeschön. Obwohl, ich bin glaube ich gerade gar nicht angefangen. Jetzt. Oh. Hätten wir da angefangen, wäre sie vielleicht da umgegangen. Guck mal, was die so in der Bluse hat. Mh, mh, mh. Das gefällt mir doch. Gespenster-Titten. Gespenster-Tittis. Hallo. Lass mich doch mal. Hallo. Ich will jetzt noch einmal anfangen. Ich will mindestens noch einmal anfangen. Na, endlich. Und gleich wieder so viel abgezogen. Ja. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja. Die Benchy ist down. Die Benchy ist down. Die Benchy ist down. Warum fällt denn die jetzt? Okay, sie fällt auch 135 Und die Benchy ist tot, Leute Was sagt ihr dazu? Also jetzt kommt das Spiegelbild Easy, easy, easy kill Free Epics Und Glücksschuhe Nein Warum die Glücksschuhe? Warum die Glücksschuhe? Warum? Oh Herr, warum tust du mir das an? Die Glücksschuhe Hallo, Mordmaschine Sie sind nun auch am Start Wenn ich sie jetzt besiege, werde ich rausrennen Und ich werde Ich werde irgendwas krasses machen Ich werde meine Tür auftreten Ich werde meinen Fernseher nehmen Aus dem Fenster schmeißen Draufkanken und währenddessen Körper drauf machen Während ich nackt mit meinem Pimmel rumspiele Also ich glaube kaum Nein, die schaffen wir nicht Die brauchen wir gleich weiter versuchen Ist okay 46.000 Gold, das spenden wir ein bisschen Ein bisschen können wir ein bisschen Ein bisschen rein spenden Hier kommt so ein bisschen Geschick hier Oh Haben wir es wieder Ein, zwei, drei, vier Epics fürs Klo Aber warum kommt bei dem Spiegelbild ein Warum kommt der Glücksschuhe raus? Warum? Am Wochenende easy go Ich denke mal fast schon vor dem Wochenende Wird die Mordmaschine liegen Also wir haben fast die 90 Dungeons 89 Dungeons Etagen Wow Richtig krass Wir sind gut dabei Leute Es läuft wie am Schnürchen Arena Kampf gegen Bruce Wayne Eben noch abgenascht Den alten Ich wollte gerade Juden sagen Aber nein Somit sind wir schon mit diesem Part am Ende Wir haben sehr viel geschafft Ich hoffe es geht morgen so weiter Bis zum nächsten Mal Ich bin mir froh Wenn ihr das Ganze bewertet Kommentiert Weiterleitet Und ich sage Tschüss, tschüss Und ciao Denn ihr seid Nice